Die Glücksschule, ein Podcast mit und von Wolfram Wertnick. Kennst du diese Menschen, die dir förmlich in jedem Kontakt deine Energie raussaugen? So als ob ein Vampir sich mit seinen Zähnen in deinen Nacken verkeilt und dir dein Blut raussaugt, ist es das Gefühl, dass Energieräuber all deine mentale Energie dir raussaugen. Vielleicht kennst du das und wenn man sich mit dem Thema Glück auseinandersetzt, ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch diesen Aspekt des Glücks, die ganzen Beziehungen, die ganzen sozialen Kontakte, die man hat, ein wenig besser unter die Lupe nimmt. Herzlich Willkommen bei der Glücksschule, dein Podcast für mehr Lebensglück. Mein Name ist Wolfram Wertnick, der Glücksexperte, Entwickler der EEP-Methode und ich freue mich, dass du heute wieder live mit dabei bist und wirklich proaktiv etwas an deinem Lebensglück verbessern möchtest. Diese Energieräuber, die ich vorher genannt habe, zu untersuchen, ist ein wichtiger Aspekt. Aber im Vorhinein möchte ich dir etwas sagen, was wirklich ganz, ganz interessant ist. In der Glücksforschung wurde eine Studie über 80 Jahre mit Menschen gemacht. Das startete schon am Ende des Zweiten oder sogar am Anfang des Zweiten Weltkrieges. Und da wurden diese Menschen über 80 Jahre begleitet. Und weißt du, was das Fazit von dieser Studie war? Da sind immer wieder Untersuchungen gemacht worden, Interviews geführt worden, sogar Elektroenziphalogramm, also EEG und funktionelle Magnetresonanzhuren gemacht, dass man schaut, in welcher Gehirnregion im Endeffekt dieser Mensch stark aktiviert ist. Und da wurde herausgefunden, dass die Grundkonstante von glücklichen Menschen gute Beziehungen sind. Gute Beziehungen sind nicht nur die Partnerschaft mit Mann oder Frau, sondern auch Beziehungen mit Freunden, mit Arbeitskollegen und, 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 in Vereine und so weiter. Das heißt, grundlegend gilt es ja zu wissen, dass einer der Hauptpunkte, die du in deinem Leben unternehmen solltest, wenn du dich momentan nicht so glücklich fühlst, 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 wie ein Echo war das? Cool. Wenn du dich nicht so glücklich fühlst, dass du schaust, dass du viele positive Kontakte mit Menschen hast. Viele wirklich positive Beziehungen. Das bedeutet nicht, dass du jetzt da jeden Tag 100 Menschen ansprechen musst und tausende Freundschaften pflegen solltest, aber einen gewissen Prozentsatz an Menschen solltest du in deiner Bezugsgruppe haben, mit denen du sagst, ja, da habe ich eine tolle, soziale, coole Beziehung. Es ist auch logisch. Es ist wirklich logisch, dass du im sozialen Kontext, wenn du das Richtige machst, wirklich dein Glücksgefühl steigerst. Weil, wenn Menschen positive Sachen zu dir sagen, wertschätzend sind, liebevoll sind, mitfühlend sind, empathisch sind, ist es halt der Bereich, der in dir sehr gut positiv aktiviert wird. Und je mehr du dein positives Zentrum aktivierst, desto glücklicher wirst du werden. Ich konnte dir eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wie ich wirklich Depressionen hatte, ganz, ganz schlimme Depressionen hatte. Du kennst meine Geschichte schon. Weiß ich noch, da hat mir meine Frau gesagt, Schatz, zwing dich zum Glücklichsein. Und sie sperrte mich aus meinem Haus aus. Aus unserem Haus. Und, ja, da war ich alleine mit meinen Problemen, mit meinen Sorgen, mit meinen Gefühlen, mit meinem Gefühl der Anmacht, dass ich es nicht schaffen kann. Und was habe ich gemacht? Ich bin halt spazieren gegangen und dann habe ich gesehen, dass am Hofer, Aldi in Deutschland, ja, ein Mann gesessen ist und, ja, um Geld gebettelt hat. Und da habe ich mich einfach zu diesem Mann hinzugesetzt, weil ich mir gedacht habe, ist eh egal, irgendwas muss ich machen und ich habe keine Ahnung, ich bin so traurig, ich bin so fertig. Ich habe so viele Gedanken gehabt des Negativen, also wirklich nichts Positives mehr. Das waren wirklich Momente bei mir, wo ich echt nicht mehr leben wollte. Also da ist mir richtig, richtig, verzeihe deinen Ausdruck, scheiße gegangen. Und da habe ich mit diesen Menschen reden angefangen. Über Gott und die Welt. Er hat mir von dem Land erzählt, von dem er kommt. Und er hat wirklich so schöne Sachen erzählt, wie es in seinem Land ist. Die Augen haben da gestrahlt. Das Lächeln war da und es war ein glücklicher Mensch. Und viele Menschen, wenn sie ihn so sehen, würden sie denken, der kann doch gar nicht glücklich sein. Aber doch, der Mensch hat wirklich durch seine Positivität mich richtig angesteckt. Ich in meiner Depression, ich, wo ich fertig war ohne Ente. Und nach dem Gespräch ist mir wirklich besser gegangen. Und dann haben wir gedacht, hey, den Tag nutze ich jetzt. Jetzt spreche ich ganz viele Menschen auf der Straße an und rede mit ihnen über das Leben. Und je mehr Menschen ich angesprochen habe, je mehr ich mich gezwungen habe, und das war wirklich ein Zwingen, weil in dieser Zeit ist mir echt nicht gut gegangen, dass ich positive Sachen sage, desto besser ist es mir gegangen. Und am Ende des Tages war ich wieder richtig gut drauf. Das heißt natürlich nicht, dass meine Depression weg war, weil am nächsten Tag habe ich mich wieder nicht so gut gefühlt, aber ich habe ein Mittel gefunden, das was mir hilft. Und wenn wir jetzt da diese Studie nehmen, was ich da jetzt am Eingang erwähnt habe, was ich dir erzählt habe, dass die grundlegende Konstante bei glücklichen Menschen positive Beziehungen sind, kannst du jetzt sagen, an diesem Tag habe ich viele positive Beziehungen gepflegt. Und das sollte dir, wenn du dich traurig fühlst, wenn es dir nicht gut geht, ein bisschen zum Denken gehen. Was machst du, wenn es dir nicht gut geht? Sitzt du da zu Hause, sperrst dich ein, schaust du fern, beschäftigst du dich mit anderen negativen Sachen, oder gehst du raus und versuchst, Menschen glücklich zu machen? Der Grund, warum ich bei meinen Vorträgen, bei meinen Events, bei meinen Büchern, überall platziere, dass du Menschen Komplimente machen sollst, dass du Menschen loben sollst, dass du positive Gespräche führen sollst, hat genau diese Konstante, genau diese Konstante, dass du im sozialen Austausch glücklicher werden wirst. Und da ist es nicht wichtig, wie es dir in dem Moment geht. Du musst dir vorstellen, du hast in dir gewisse Emotionen, das sind die tiefliegenden Emotionen, die ganz tief in deinen Persönlichkeitsstrukturen drin sind. Und da sind Sachen positiv gespeichert und Sachen negativ gespeichert. Und wenn du über deine fünf Sinne etwas wahrnimmst, das positiv in dir gespeichert ist, dann wirst du dieses positive Zentrum in deinem Gehirn trainieren, aktivieren und deinen Fokus entsprechend deiner selektiven Wahrnehmung, für alle, die noch nie dabei waren, du kannst dein Leben nur so wahrnehmen, wie du tief in deiner Persönlichkeitsstruktur bist, und dort hat jeder Mensch eine selektive Wahrnehmung, dass entsprechend deines Persönlichkeitsmusters du die Welt wahrnimmst. Und wenn du schaust, dass du da ganz viele positive Assoziationen in dir aktivierst, also Aspekte, die in dir positiv gespeichert sind, wie ein Lächeln, wie liebevolle Worte, wie mitfühlende Worte, wie innere Schönheit bei einem Menschen, dass du das erkennen würdest, dann würdest du diese positiven Assoziationen immer wieder aktivieren. Und da wird es dir besser und besser und besser gehen. Und natürlich, wenn du dich momentan in einer Depression wiederfindest, oder in einer tiefen Traurigkeit wiederfindest, ist das nicht das Einzige, was du tun musst. Du hast eh schon, Entschuldigung, du hast eh schon einige Podcasts wahrscheinlich von mir gehört, und falls nicht, hör dir die anderen Podcasts an, schau dir YouTube-Videos an, schau dir in Wirklichkeit Videos an auf meinen Facebook, TikTok, Insta-Kanälen und so weiter, oder lies Bücher von mir zum Thema, wie du glücklich werden kannst, dann wirst du erkennen, dass natürlich gewisse andere Komponenten auch aktiviert werden müssen, zum Beispiel dein psychologisches Muster, wie du deine Bedürfnisse befriedigst, wie deine selektive Wahrnehmung entsprechend dieses psychologisches Muster ist. Aber lass mir das jetzt alles einmal weg. Fakt ist, wenn du viele positive soziale Kontakte hast, fühlst du dich besser. Versprochen. Da gebe ich dir mein Wort drauf. Sei ein Mensch, der ein Credo hat. Ich mache Menschen glücklich. Ganz egal, wie es mir geht. Nimm den Blick einmal weg von dem, was du nicht hast, und was dir fehlt, und dass es dir vielleicht schlecht geht, und geh einmal nach außen und schau, dass du Menschen glücklich machst. Du wirst merken, dass durch dieses Glücklichmachen du dich besser fühlst. Aber jetzt kommen wir zurück zu die Energiewampire. Energiewampire, die stets immer dir deine mentale Energie aussagen. Und es stimmt ja wirklich, mentale Energie ist wirklich eine körperliche Energie, die dir dann fehlt. Wenn du stundenlang Gespräche führst, die absolut unangenehm für dich sind, die die Energieraum, wie das Wort schon sagt, die im Endeffekt ja absolut in dir eine Inkoherenz, also in Wirklichkeit so ein Ungleichgewicht hervorrufen, dann ist der Begriff der Energieräuber schon sehr gut zum Verwenden. Aber an dieser Stelle möchte ich dir jetzt ein Faktum sagen, was du vielleicht noch nie gehört hast. Viele in meiner Szene im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Glückstraining, positive Psychologie und so weiter, sprechen darüber, Du sollst die Energieräuber meinen. Und jetzt kommt Trommelwirbel Mein Credo zum Punkt der Energieräuber, Du sollst die Energieräuber suchen. Du sollst genau mit diesen Menschen dich umgehen, wo du das Gefühl hast, hey, der saugt mir meine Energie aus. Und du wirst jetzt denken, Wolfram, was ist das für ein Blödsinn? Das regt mich auf. Ich fühle mich da nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich ignoriert. Ich fühle mich da übervorteilt. Ich fühle mich da in Wirklichkeit immer wieder schlecht. Und ja, das stimmt, da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Aber, 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 ich bitte dich, eine Sache zu berücksichtigen. Und ich weiß, das ist ganz schön hart, wenn man das in irgendeiner Art und Weise in seinem Leben und mir reflektiert. Aber, du bekommst in deinem Leben das, was du bist und nicht das, was du möchtest. Du kannst bei einem Menschen nur das wahrnehmen, was du in dir drinnen bist. Das heißt nicht, dass das bewusst in dir ist, sondern unbewusst in einer tiefen Persönlichkeitsstruktur. Und da könnte im Laufe deines Lebens, ohne dass du das weißt, so verschiedene Triggerpunkte, Schmerzpunkte in dir internalisiert worden sein. Ein praktisches Beispiel. Stell dir mal vor, du warst ein kleines Mädchen, ein kleiner Junge, Hochzeitstag von Mami und Papi und ja, Papa ist gerade arbeiten und Mama ist zu Hause und macht eine wunderschöne Torte. Sie zieht sich wunderschön an, sie hat schon Geschenke vorbereitet, der Tisch ist super gedeckt, sie ist glücklich ohne Ende, sie freut sich, Hochzeitstag mit Papa. Du sitzt neben, als kleines Mädchen, als kleiner Junge und freust dich mit. Weil du weißt, in den ersten paar Lebensjahre sind Kinder ganz, ganz eng mit ihrer Mutter verbunden. Ist die Mama glücklich, geht es dem kleinen Mädchen, dem kleinen Jungen gut. Ist die Mama unglücklich, geht es dem kleinen Mädchen, dem kleinen Jungen nicht so gut. Und jetzt kommt der Vater nach Hause. Aber der Vater hatte einen wahnsinns schlechten Tag. Er wurde gekündigt, er wurde zusammengeschlagen, ihm wurde das Auto demoliert, alles ist negativ. Und natürlich hat er an diesem Tag den Hochzeitstag vergessen. Jetzt kommt er rein, nehmen wir ein Worst-Case-Szenario, er schmeißt die Torte weg, die Mama freut sich am Anfang, sie stellt sich hin, wenn der Papa kommt und er schmeißt die Torte einfach weg und sagt, lass mich in Ruhe. Und du bist das kleine Mädchen, der kleine Junge, der da sitzt und traurig ist. Weil du siehst, dass deine Mama traurig ist, dass sie weint, dass sie enttäuscht ist ohne Ende. Und in diesem Moment kommst du in dein Schmerzzentrum. Und in diesem Moment, wenn du in deinem Schmerzzentrum bist, werden alle Sinnes-Eindrücke, die du wahrnimmst, Mimik, Gestik, Worte, sagen, was du fühlst auf deiner Haut, sagen, was du riechst, was du schmeckst und so weiter, in dir gespeichert. In einer tiefen Persönlichkeitsschichte gespeichert. Und es könnte sein, dass in diesem Moment, der Moment der Aggressivität in dir als Schmerz gespeichert wurde. Dann geht es weiter. Du kommst in die Schule, du hast deine beste Freundin, deinen besten Freund und irgendwie hintergeht dich dieser Freund oder diese Freundin. Redet hinterm Rücken blöd über dich. Mobb dich richtig hinter deinem Rücken. Und du hast gemerkt, Unehrlichkeit tut weh. Und dann geht es so weiter in deinem Leben. Vielleicht hast du Momente erlebt, wo Untreue du erleben musstest. Auch das wurde ein Schmerzpunkt. Oder Aggressivität. Oder Unentschlossenheit. Oder genau diese Aspekte, die dir an Energieräubern so richtig wehtun und die dich so richtig nerven. Und irgendwann einmal hörst du einen Podcast von einem Wolfram Werdnig und denkst dir, Ja, mir sind so Sachen passiert. Aber ich versuche ja ganz, ganz anders zu sein. Ich versuche nicht so zu sein, wie ich das irgendwie einmal wahrgenommen habe. Oder wie die Menschen, die mich nerven. Und ich weiß, dass du das versuchst. Aber jetzt bitte ich dich, hör mir noch einmal genau zu. Diese Schmerzpunkte, Triggerpunkte, wurden im Laufe deines Lebens in dir internalisiert. Tief in deiner Persönlichkeitsstruktur vorhanden. Und jedes Mal, wenn du im sozialen Kontext dich auffällst, also mit Menschen dich umgibst, wirken diese Schmerzpunkte. Und wenn du wissen möchtest, wie du diese Schmerzpunkte wegbekommst, wäre es heute einmal recht cool. Vielleicht machst du das jetzt wirklich. Dass du dich einmal heute hinsetzt und dir alles aufschreibst, was dich an deinem Partner, an deiner Partnerin nervt. Und falls du Single bist, was dich an deinem Ex-Partner, an deiner Ex-Partnerin genervt hat oder noch immer nervt. Schreib dir jetzt einmal erbarmungslos ehrlich alles runter, was nervt mich an meinem Partner, an meiner Partnerin. Vielleicht sind es Sachen wie Unehrlichkeit, Geringschätzung, Ignoranz, Arroganz, Egoismus, Unentschlossenheit, immer noch so herumeiern. Ja. Was nervt dich so richtig an deinem Partner, an deiner Partnerin? Schreib das einmal auf. Und wenn du das gemacht hast, vielleicht möchtest du sogar den Podcast stoppen und das Ganze jetzt einmal runterschreiben, dann hast du einmal ein Indiz dafür, warum Energieräuber, die immer wieder deine mentale Energie aussaugen können. Entschuldigung, aussaugen können. Weil wenn du jetzt aufgeschrieben hast, Unehrlichkeit, Geringschätzung, Arroganz, Aggressivität und und und, was wir jetzt besprochen haben. Das heißt, was dich an deinem Partner, an deiner Partnerin so richtig nervt oder auch an anderen Menschen. In der intimen Beziehung ist es am intensivsten. Schon Buddha soll gesagt haben, du kannst jahrelang meditieren, dass du zur Erleuchtung kommst oder du verbringst eine Woche mit deiner Familie, ohne dass du dich einmal aufregst. Das ist ein bisschen intensiver, meinte Buddha. Und das stimmt. Intime Beziehungen drücken am meisten diese Schmerzpunkte in dir. Das ist ganz emotional in dir. Deswegen, wenn du jetzt aufgeschrieben hast, was dich richtig nervt und jetzt bitte sei mir nicht böse, aber ich muss dir das sagen, das bist du tief in deiner Persönlichkeitsstruktur. Und ja, ich weiß, was jetzt die meisten denken werden und was die meisten sagen werden. Wolfram, das stimmt nicht. Ich bin wertschätzend. Ich bin ehrlich. Ich bin friedlich. Ich bin innerlich ruhig. Ich bin emotional. Ich bin nicht arrogant. Ich bin nicht egoistisch. Und auch jetzt bitte ich dich, hör mir noch einmal kurz zu. In irgendeinem Lebensbereich lebst du diese Aspekte. Entweder deinem Mann, deiner Frau gegenüber, deinen Kindern gegenüber, deinen Eltern gegenüber, deine Geschwistern gegenüber, deine Freunde gegenüber, deine Arbeitskollegen gegenüber, deinem Chef, deiner Chefin gegenüber, deine Kunden gegenüber oder, und das vergessen die meisten, dir selbst gegenüber. Wenn du zum Beispiel noch so wertschätzend bist zu allen anderen Menschen und du dich nicht wertschätzt, lebst du dein Teil. Weil es gibt einen Grund, warum du dich nicht wertschätzt. Das ist in dir. Wenn du im Endeffekt immer wieder ruhig bist, wie du überall landest, aber sobald du allein bist, sobald du alleine bist, dass du dich wahnsinnig aufregst, innerlich aggressiv wirst, lebst du das dir gegenüber. Das heißt, in irgendeinem Lebensbereich lebst du das. Und jetzt kommen wir zurück, dass das Ganze wirklich einen Kreislauf darstellt. Fakt ist, du kannst Menschen im Positiven, wie auch im Negativen, nur so wahrnehmen, wie du bist. Vielleicht schreibst du mir in die Kommentare mal rein, was du wahrnimmst, wenn du mich anschaust. Ich weiß, das wäre ein Bekenntnis ohne Ende. Weil, egal was du bei mir wahrnimmst, positiv und negativ ist ein Teil deiner Struktur in dir drinnen. Tief in deiner soziogenen Zone. Das hast du gelernt hast zu sein, wie wir vorgesprochen haben, wegen diesen Erlebnissen. Das heißt, würde mich mal interessieren, was hältst du von mir, was denkst du über mich? Ja, da habe ich schon viel gehört. Ich sei arrogant, die anderen sagen wieder, ich bin ein Guru, die anderen sagen wieder, ich bin liebevoll, die anderen sagen wieder, ich bin so wertschätzend, andere, keine Ahnung. Was denkst du über mich? Und dann wäre es interessant, dass du vielleicht einmal reflektierst, wenn Menschen zu dir böse sind, nicht wertschätzend sind, aggressiv sind, unehrlich sind und so weiter, und du ja weißt, dass ein Mensch nur das wahrnehmen kann, was er selbst ist, dann relativiert sich schon, dass du dich überhaupt über diese Energieräuber zum Beispiel aufregen sollst. Weil der Mensch kann zu dir nur sagen, wo es er ist. Wenn ein Mensch zu dir sagt, keine Ahnung, du bist unehrlich oder du willst nur dieses und jenes zu deinem Vorteil, dann weißt du, dass derjenige das selbst ist. Es ist so ein offenes Buch, wenn man Menschen zuhört. Wenn ein Mensch hundertmal sagt, mir kann man vertrauen, dann weißt du schon, dass dieser Mensch ein Problem mit dem Vertrauen hat. Wenn ein Mensch hundertmal sagt, ich bin so ehrlich, ich sage die Wahrheit, dann könntest du dir schon mal überlegen, warum er das hundertmal sagt. Das ist das Gleiche, als wenn ein Bankräuber zur Polizei geht und sagt, ich habe nicht die Bank überfallen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, kommen wir wieder zurück, diese Energieräuber, wie du Menschen wahrnimmst, hat gar nicht so viel mit den Menschen zu tun. Es stimmt, es gibt Menschen, die sind nicht liebevoll. Es gibt Menschen, die versuchen, andere Menschen auszunutzen. Da gibt es verschiedene psychologische Muster, Opfer, Retter, Verfolger und so weiter. Da stimmt, hast du recht. Aber die Intensität, wie dich emotional das Ganze belastet, hat mit dem zu tun, was du als Schmerzpunkt in dir gespeichert hast. Das heißt, als Credo für dich, wenn du glücklich werden möchtest, glücklich werden möchtest und diese sozialen Beziehungen, die so wichtig sind, wie wir schon besprochen haben, gut pflegen möchtest, wäre es richtig cool, dass du deine Schmerzpunkte, deine Triggerpunkte in den Griff bekommst. Der erste Schritt ist, dass du dir da einmal bewusst machst, bewusst machst, warum dich gewisse Menschen so nerven, warum dir gewisse Sachen im sozialen Kontext so wehtun. Dann weißt du schon, dass das ein bisschen an deinen Schmerzpunkten liegt. Ein bisschen ist gut gesagt, eigentlich ganz intensiv an deinen Schmerzpunkten. Und du könntest versuchen, das Leben anders wahrzunehmen, die Menschen anders wahrzunehmen. Das heißt, du wirst nicht durch deine selektive Wahrnehmung die Menschen jetzt anders wahrnehmen, aber du könntest ja reflektieren, deine Reaktion darauf, warum du sie so wahrnimmst und ob das sich auszahlt, dich so sehr damit zu ärgern oder darüber zu ärgern und stundenlang darüber nachzudenken. Der zweite Aspekt, was jetzt cool ist für dich, sobald ein Mensch zu dir gemein ist, dich verurteilt, böse Sachen zu dir sagt, weißt du, das ist sein Problem. Man kann, und das ist die richtig coole Nachricht, man kann diese Triggerpunkte, diese Schmerzpunkte neutralisieren. Man kann die wegbekommen. Da ist aber wirklich ein 5 Wochen To-Do dabei, damit das funktioniert. Weil damit du Schmerzpunkte wegbekommst, musst du zu dem Gegenteil werden. Das heißt, du musst, wenn du zum Beispiel ein Problem hast mit Ignoranz oder Geringschätzung, musst du zu 100%iger Wertschätzung werden jeden Menschen, jedes Lebewesen, der Natur, Ökologie, allem gegenüber und auch dir gegenüber. Du müsstest in Momenten ein bisschen anders reagieren, wie du es gewohnt bist, damit wir nicht immer wieder den gleichen Bereich in deinem Körper, in deinem Kopf erhellen. Wenn du da eine praktische Anleitung brauchst, du weißt, ich bin gern für dich da. Und ich kann dir ganz genau erklären, wie du das machen sollst, damit du jeden einzelnen Triggerpunkt in deinem Leben wegbekommst. Und weißt, was das Ergebnis ist? Eine absolut coole, geile Gelassenheit. Dich wird kein Mensch mehr richtig aufregen können. Und Punkt 2, deine Beziehung, deine Partnerschaft wird ums Fern sich nach oben verschieben, wie geil deine Partnerschaft ist. Weil, wenn du alle Schmerzpunkte in dir neutralisiert hast, nimmst du den Menschen entsprechend wahr, wie du bist. Und wenn du dann das Gegenteil bist von deinen Schmerzpunkten, gerade ist jetzt kompliziert, dann wirst du nur das wahrnehmen können, was du bist. Und das heißt, das Ganze wird extrem positiv sein. Und Menschen, und das ist jetzt noch wichtig, und dann sind wir heute schon am Ende unseres Podcasts, werden dir genau das präsentieren, was du in dir drinnen bist. Das Gegenteil dieser Schmerzpunkte. Und stell dir ein Leben vor, wo es dann keine Energiehäuber mehr gibt. Und ja, das funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt alles, alles Liebe. Ich hoffe, dass du mit dieser Information für dich ein bisschen arbeitest. Das bedeutet, dass du bewusster durch die Welt gehst, dass du vielleicht dich nicht so sehr mehr über andere Menschen aufregst, weil du weißt, das hat ein bisschen was mit dir zu tun. Ein bisschen mehr. Eigentlich ganz viel mit dir zu tun. Und dass du dich auch schon gar nicht aufregst, wenn ein Mensch gemeint zu dir ist, weil das hat rein gar nichts in diesem Aspekt mit dir zu tun. Weil wenn ein Mensch dich verurteilt, sind es seine Projektionen auf deine Person. Das bedeutet, der Mensch kann dir nur das sagen, dich so wahrnehmen, positiv und negativ, wie er ist und nicht wie du wirklich realistisch bist. Und umgekehrt. Nur, in diesem Akt ist es wichtig, dass du dich wirklich nicht mehr darüber aufregst. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Schau, dass du coole, positive soziale Kontakte hast. Mach Menschen glücklich, auch wenn du dich jetzt gerade vielleicht traurig fühlst. Aber je mehr Menschen du glücklich machst, desto besser werden deine Beziehungen zu Menschen und desto mehr positive Assoziationen wirst du aktivieren und dann wirst du richtig glücklich, 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 glücklich werden. In diesem Sinn, wenn dir der Podcast gefallen hat, bitte ich dich, empfehle diesen Podcast weiter. Vielleicht drückst du einmal Herzchen oder gefällt mir. Vielleicht kommentierst du diesen Podcast. Würde mich freuen. Und ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe und wir hören und sehen uns spätestens nächsten Montag, wenn es wieder heißt die Glücksschule. Alles, alles Liebe.